Ich bin im Haus! Jetzt müsste das hier auch funktionieren, oder? Hört mal ganz kurz, Direct Communication. Hallo, 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 hallo. Ja, da ist er. Geht das? Ist das ein Go? Glaube ich, aber... Äh, das ist... Achso, geht mal bitte selbst in die Kanäle hier, ne? Aber das ist offiziell ein Go! Können wir machen. Wir stimmen ja schon mit dem, wir stimmen schon mit dem Kanäle. Die Opferleute müssen hier in AMA 3 MTS weg. So. Ah, ich kann ja auch ne Waffe holen! Ah! Ich leck gar nicht mehr, oder MTS? Ah, warte. Ein paar Minen vorne, ey. Ah, doch. Nee, nee, wir hören dich, Stylast, wir hören dich. Ja? Ja. Äh, ich bin übrigens schon offiziell euer, euer Dings, ne? Und ich bin außerhalb der... Ich renne gleich weg! Ja, ich hab die Bombe hochgehangen, oh Gott. Alter. Ihr seid die schlechtesten Terroristen der Welt, wisst du das? Alles vermied. Alter. Schreit mich ja an! Irgendwann trifft mit. Nicht schießen! Das ist jetzt schießen und nicht schreien, also... Das passiert ja auch ein paar Minen überall. Sie können anscheinend nicht drehen. Alter! Was zur... Nichts! Echt jetzt? Oh, nee, nee, oder? Ist doch kacke! Warum ist die jetzt in die Luft gegangen? Warum liegt die da? Tausend Minen! Ja, dann automatisch in die Luft, das ist mir auch eben aufgefallen. Ja. Was? Hier wo ich rein? Scheu. Ja. Ich leg dir draus ne Mine hin, als bin fast schon... Dann hättest du irgendein Scheiß. Ey, lass dich gleich so. Oh Gott, jetzt bin ich hier in der Zwangskamera, Alter. Ich muss doch gar keine Mine hinlegen, was machst du das? Oh oh! Achso, let's do this jetzt einfach. Eli! Eli! Ich hab noch nicht mal mit... Drei. Shit. Eli, Eli! Ich draufballern. Hier, man den Besucher. Oder der... Heli dessen. Der war doch noch rum, ein Hummingbird. Oder der fliegt hier hinten rum. Na, der ist groß. Wie ist der da? Mit den Miniguns. Miniguns sind okay. I feel pretty. Oh so pretty. Rappert. I feel pretty. Oh! Ey, ich hab Geld, Alter. Ich kann dir Geld geben. Ernsthaft. Ich bin reich. Lass mich frei, komm. Wie viel? Wie viel bist du? Wie viel bist du? Wie viel bist du? Ja, wie viel hast du? Oh shit. Wie das aussieht. Wer seid ihr? Chip und Chap, oder was? Nein. Ich kann euch 10 Millionen geben. Pro Nase. 10 Millionen. Pro Nase. 10 Millionen. Warum nicht hier raus? Hahaha. Ich würd nicht rausgehen. Ich würd nicht rausgehen. Ich würd nicht rausgehen. Da liegen leicht viele Minigern. Was ist nun? Kannst du mich rausbringen? Hast du ein Auto? Überall. Wie viel ihr Leben von euch kommt. Soll ich viel in die Luft jagen, wenn ihr raushaufen versucht? Ja. 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 Einfach so ne Claymore hinstellen. Ja. Oh ja. Einen Schritt raus. Boom. Das wärs. Ich hab momentan so viel da liegen. Ich hab' das Ding hoch, ne? Dann, kein Geld für dich. Hat einer von euch nen Ring? No. Äh. Claymors oder so. Die eine... Ihr wollt nicht, der ich tot bin. Oder vorlegen. Ja. Ihr wollt nicht, der ich tot bin. Ich bin wertvoll. Oh Gott. Wie kann ich wieder rennen? Ey. Übrigens. Ey. Komm her. Ich hab ne... Ich hab ne ganz geheimen Nachricht für dich. Du stinkst. Hahaha. Ja. Danke. Der ist scheiß aus. Was hat er... Ey. Bleib drin, oder? Du fliegst in die Luft. Ich fahrs nicht. Ich kann dir nichts machen. Komm, fliegst du selbst in die Luft. Komm. Noob. Ich setz jetzt den Claymors davor. Achtet mal auf die Türen. Nicht die Tür raus. Nicht raus gehen. Nein. Aber auch nicht schlecht. Dann müssen wir nur Claymors ins Haus rein. Nicht ernsthaft jetzt rein. Nicht ernsthaft. Ja. Dann kann er nichts machen. Ich hab den beide getötet, den der rausgelaufen ist. Wieso läuft's raus? Ich hab Exe gesagt, nicht rauslaufen. Das ist so hart ey. Ich sterb gleich am Anfang. Der stimmt. Oh Gott. Zweiten ihn. Ohhhh. Los. Töte dich. Sprengt euch beide in die Luft. Ich spreng den Greis aber mit. Oh Gott. Ich hab Exe gesagt, ich bin nicht raus. Der läuft einfach raus. Nein, nein, nein. Es liegen ja nur 5 Minen vor der Tür. Es liegen nur 5 Minen vor der Tür. Und du läufst einfach so raus. Ja. Geht schon. Ich brauch ne Waffe, Alter. Das ist eine gute Entscheidung. Eine gute Entscheidung, Alter. Du wirst reich. Ich bin überall drin. Ich bin dir nicht weg. Ich seh den nicht, Alter. Oh. Ja klar. Oh Gott. Lebt Lufo eigentlich noch? Keine Ahnung. Es lebt nur noch ein. Oh shit. Ja. Aber ich glaub... Das kann man nicht raus. Versuch's nicht. Versuch's erst gar nicht. Nee, ach nee. Das ist genau rübergelegt. Oder schon wieder Minen. Scheiße. Scheiße. Ah, wo ist Blue vor? Oh! Ähm, ist der grad explodiert? Super. Bist du alleine? Bist nur noch du übrig, oder was? Okay. Wir sind ja eingesperrt. Hörst doch mal Granate auf die Minen, Alter. Oder? Wir dürfen uns dann nächstes Mal nicht einfach gegenseitig durch Minen umbringen, ne? Wenn du eine Granate rauf hast, dann muss das doch gehen. Oder wenn man sagt, nicht rausgehen, auch nicht rauslaufen. In füllt Minen. Als wie du die... Du siehst doch die Dreiecke, oder nicht? Aufsicht realisiert. Die hab ich übersehen. Wie viel sind jetzt Sud von Opfer? Alle, oder was? Ich hab jetzt noch einer. Der mit dir redet. Der Stardust mit mir. Aber er redet nicht mehr mit mir. Hallo? Hallo? Schmeißt du eine Granate auf die Dinge? Er soll euch halt bald hier umbringen. Ja, dann gehen die hoch. Ja, aber wieso? Was? Dann will ich wieder rauskommen, Mann. Das ist ja ne gute Falle. Was? Ja, aber dann haust du ab. Ja, aber ich dachte, das ist der Plan. Ja, ja. Aber du bist meine Geisel. Ich sah das. Du stinkst. Ich hab ja nix. Ich hab ja nix. Oh, hier können wir raus. Oh, hier können wir raus. Das ist doch mir. Was ist mit Blutfeuer? Jetzt leben die noch. Ja, aber die kommen irgendwie nicht. Seht ihr wo die sind? Ja, wir sind vorhin fünf Kilometer ungefähr vor dem Teil gelandet. Wir haben mit dem Minigans auf uns geschossen. Und irgendwie brauchen die wirklich lange zu kommen. Waren das beide Hillys? Ja, der eine ist auf die eine Seite flogen und der Ghost ist auf der anderen Seite gelandet. Was ein Fail, Alter ey. Schlechtesten Terroristen der Welt. Ja, wenn die anderen in Minen reinlaufen, obwohl man ihnen sagt, sie soll nicht rausgehen, dann... Oh, warte mal, fällt da einer. Wo? Könnte das sein, dass die abgestürzt werden. Oh fuck, da ist das auch einer. Hilfe! 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 Hier, 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 hier. Hier, hier, hier. Ich bin unbewaffnet. Ich bin unbewaffnet. Na ja. Seid ihr meine Retter? Nehmen wir mal Essen? Hallo? Hallo? Hallo, 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 hallo? Der Typ redet nicht mit mir. Was? Was? Opfer ist komplett tot, Junge. Sind alle tot. Die haben sich alle in die Luft gejagt. Was? Oh fuck! Der bringt mich einfach um! Sie haben die Geisel getötet! Was ist los? Du kannst doch nicht die Geisel töten. Bist du wahnsinnig? Wenn ich eine Wache nenne, ohne zu fragen, töte ich dich. Ihr fällt nicht unter wie wir, wir töten uns gegenseitig und wir töten die Geisel. Ja, wenn ein Opfer sich selbst umbringt, dann... Ja, wenn ein Opfer sich selbst umbringt, dann... Das willst du machen. Ja, komm mal! Ja, komm mal!